Wir müssen den machen, Alter! Wir müssen den machen! Tabak! Perfekt! Was geht ab meine Freunde? Hier ist euer GeniaVogue und heute Gruppenphase Spiel 2 gegen meinen Bruder, gegen meinen Bratan Tabak. Wichtig ist, bevor ihr das euch das Ganze natürlich jetzt anschaut, weil das ist das Rückspiel. Geht rüber zu ihm, guckt das Hinspiel, dann kommt zurück und guckt dieses Spiel. Ja, das Rückspiel haben wir gespielt. Ja, war sehr spannend, war sehr spannend und wir brauchen auf jeden Fall Siege, 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 Siege. Jungs, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ist natürlich, wir haben jetzt einmal gegen Pato gespielt und jetzt spielen wir einmal gegen einen Tabak. Es sind beide meine Freunde, einer meiner besten YouTube-Kollegen. Ja, also das ist echt gegen die Bratans, gegen meine Brüder zu spielen, schon schwierig, weil man weiß nicht, man geht an das Spiel ganz, ganz anders hinein oder geht ins Spiel ganz anders hinein als gegen andere Spieler. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, weil das erste Spiel haben wir gespielt, das war scheiße spannend. Also auf jeden Fall, Jungs, ihr müsst es abchecken, natürlich Tabak nicht vergessen zu abonnieren, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt und zu allen Dingen, ja, zu allen Dingen kommt noch, heute haben wir den zweiten Zwölften, morgen kommt mein Sohn zur Welt, am dritten Zwölften. Ja, Aufregung, Isda und Tabak schreibt mir gerade, es war so spannend, GG, ja. Kuss dein Auge, Bratan, ja, ich küsse dein Auge. Und ja, der ist auch, nehme ich an, bereit. Ich lade ihn auch gleich ein und mein Team können wir gleich uns nochmal anschauen. Ich bin immer noch so fertig von diesem Spiel, ey, das ist Wahnsinn. Das ist richtig krass. Jetzt ist natürlich ein Tabak bei der Wolfshöhle, ja, beim Wolf und wir zu Hause sind eigentlich immer stark. Und ich hoffe, ich hoffe, wir können uns beweisen, weil wir brauchen Punkte. Ja, wir müssen versuchen, Zweiter zu werden. Es wird verdammt schwierig. Es wird verdammt schwierig. Ja, also ich habe ausgerechnet, es wird schwierig. Ja, das ist mein Team. Ihr seht, viele haben geschrieben, äh, Tosh Manulas mit, äh, mit, äh, Benatja. Spielen alle auf Full Cam. Äh, nö. Ist nicht so, aber nur, nur, nur so, die da draußen das geschrieben haben. Ich wollte ja nichts sagen, ne, weil Hakimi ist ja bei Dortmund, ne, meine Freunde. Das ist halt, ne. Ja, äh, was soll ich sagen? Ich lade ihn ein. Alter, mein Herz schlägt. Das, das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr einfach nicht, ne. Oh, Jungs, ey, wir müssen siegen, ey, wir müssen siegen. Du musst kämpfen, du musst kämpfen. Ah, da ist er. Da ist er. Natürlich, eins muss ich dazu sagen, der hat im ersten Spiel mit einem Bronzespieler gespielt. Und jetzt guckt euch sein Team mal an. Das ist echt krank. Hat er sich auf jeden Fall was Schickes gebastelt, würde ich sagen, ne. Ja, also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice das Team. Sein Seedorf ist kein Mensch mehr. Der Typ ist echt verdammt krank. Echt verdammt krank. Oh, Mann, Reus. Gibt's doch gar nicht. Ja, Junge. Nicht schlecht. Alter. Fuck, immer grünes Timefinishing, Alter, bei ihm. Boah. Junge, das nach neun Minuten, Alter. Alter, wie hat denn den Seedorf gekriegt? Man kann doch nicht so ihm so ne Chance geben. Jungs, was ist mit euch los? Mann, das kann's doch nicht sein. Ich hasse diese Finesse-Schüsse. Ich hasse die. Und Tabak trifft die so akkurat. Immer auf grün. Blöd, der hat den Torwart bewegt. Du kleiner Schlawiner. Das gibt's doch nicht. Ey, ich konnte nicht abschließen. Sané, komm. Wir müssen den machen, Alter. Wir müssen den machen. Tabak. Perfekt. Der schießt jetzt hier in der Lage, krank. Oh, Jungs, ey, Alter. Ja, guck mal, der hat so viele Schüsse. Das ist nicht mehr normal, ey. Auf jeden Fall, GG. Tone, GG. Mehr Ballbesitz hat er auch. Und ich spiel's sogar, ihr seht's, ich spiel's schon noch sogar auf Dreierkette, weil ich werf alles nach vorne, was geht. Alles nach vorne, was geht, Jungs. Mir fehlen da einfach nur die Worte. Mann, ey. Weißt du, meine Spiele... Egal. Egal. Egal, 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 egal. Spiel doch den Scheißpasta hin, Mann. Mann. Das kann's doch nicht sein. Die spielen die Pässe... Alter, ey. Ja, natürlich. Komm. Ehrlich, ohne Witz. Spiel sich ne Rotze da zusammen, ey. Komm. Ist durch. Ich sag dazu nix mehr. Wunderbar. So ne Scheiße. Was macht ihr denn da, Job? Toiomad. Es ist vorbei, Mann. Ohne Witz. So ne Pisse. Was soll das, Mann? Ich will nur so viel sagen. Wenn wir gestern so gearbeitet hätten, wie meine Frau heute, dann hätten wir mit Sicherheit 10 Euro. Alter. Ich kann's nicht glauben, ey. Die machen da nix, was ich drücke. Ich drücke nach unten, nach unten, nicht nach oben. Ey. Das kann's doch nicht sein. Sein Varan. Das ist kein Mensch mehr. Das ist ein Cyborg, Alter. Das war's, Jo. Wirklich. Komplett. Ich muss ja aufmachen. Ich spiel auf Dreierkette. Ich muss aufmachen. jetzt zu spät. Ich kann dazu nix mehr sagen, ey. Ohne Witz. GG. Tabak. GG. Sehr, sehr, sehr geil. Tut mir leid, dass ich so geraget hab. Aber ganz ehrlich. Meine Spieler, die haben sich, weiß ich nicht, die haben so viele Fehlpässe gemacht. Ohne Ende, Alter. Das war nicht mehr lustig. Das war wirklich nicht mehr lustig. Naja, ist dir egal. So. Ja, gegen Pato zweimal verloren. Gegen Tabak verloren. Tja. Jetzt ist es soweit. Gruppenletzter sind wir jetzt. Gruppenletzter sind wir jetzt. Sieben Tore eingeschenkt. Sieben. Weil meine Spieler, weiß ich, wo die hinlaufen. Weiß, weiß ich. Ich hab keine Ahnung, wo die beschissen nochmal. Hinlaufen. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ich hab's nicht verstanden. Ehrlich nicht. Fehlpässe, Laufwege, alles scheiße. Ist ja auch egal. Komm. Verdient verloren. 7 zu 1. Guck mal, wie viel Torschuss der hatte. Das ist nicht mehr normal. Also auf jeden Fall geht mal rüber zu Tabak. Lass ihm liebe Grüße da. Und ja, tut mir leid, dass ich great starb. Aber manchmal ist es halt so, ihr wisst es selber, in der Wicked League ist es genauso das gleiche. Also von daher. Ja. Verdient verloren. Verdient, 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 verdient verloren. Und ja. In diesem Sinne. Wir sehen uns bei Benji wieder. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.